Ja Leute, was geht denn? Es geht weiter mit Let's Play Uncharted 3, Drake's Reception, das Remastered hier auf der Playstation 4 mit mir dem Pirus. Oh Gott, die letzte Folge war einfach zu krass. Muss man einfach sagen, das war echt brutal. Boah, oh mein Gott. Ja, das war mir auch klar, dass ich da weiter muss. Oh, es war einfach zu hart. Es war wirklich hart an der Grenze, was man Mensch nicht noch schaffen kann. Also ich würde schon sagen, dass Naughty Dog mit der letzten Szene so ein bisschen die menschlichen Fähigkeiten auf die Probe gestellt hat. Das habe ich jetzt über Uncharted auch noch nie gemerkt. Obwohl, na gut, die Panzer-Szene Uncharted 2 war irgendwie, ne, die war schlimmer. Und die Duff, dann ging die halt noch. Ja gut, ich spiele jetzt auch, ne, nacheinander. Also ich, Uncharted 1, ich habe ja nie große Pausen. Suizid ist auch eine Lösung. Und Leute behaupten, dass Suizid keine Lösung ist, aber das hat nie geklappt. So, nein, weiter geht's. Nein, Suizid ist keine Lösung. So ein Destillat. Ich, ich, ich mache weiter. Ich habe nichts getan. So, wo muss ich lang? Ich bin mir so besser wisch... Achso. Das ist mein Wisch. Was ich klinge immer so besser wischerisch und kann es am Ende doch nicht. Ja, 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 ich kann es doch. Schön. Sollte klappen. So. So, aber hier. Ich weiß, dass sie mir noch irgendwas noch geglitzert hat. Glitzer, Glitzer, Kuchen. Komm, 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 komm. Ah, okay. Tut mir leid. Das war so, das war wieder, ich, ähm... Äh, 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 komm ich da später hin? Das wäre sogar fast logisch. Dafür kommt er ja später hin. Dann, wir klären auf die Leiter. Oder so, äh, keine Ahnung. Kann ich hier, hier, hier geht's. Weil sonst wäre hier keine Leiter. Äh, äh, da geht's auch nicht. Wie, wie, wie kommen wir da ran? Ach, warte mal. Ach, warte mal. Ach so, nee, komm. Ich sollte, ich sollte vielleicht nicht, ich sollte vielleicht immer so kompliziert denken. So, ja, so kann man es auch machen. Es ist einfacher. Ah, oh Gott. Uh, 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 uh. Nee, eigentlich völlig andersrum. Kann ich auch in die Richtung fallen? Hä? Wollte auch eigentlich in die andere Richtung fallen. Nein. Nein. Wollte eigentlich das Ding da mitnehmen. Ah, warte, ach so. Hä? Wollte es ja machen. Doch vielleicht, ach so, doch nicht Spaß. Das ist logisch. Oh, voll auch easy. Türkisperlenarmband. Also, ich muss den ganzen Weg... Nee, das geht doch mal nicht. Nee, das geht doch. Doch, geht. Oder kann ich auch hier? Ohne dabei Suizid zu begehen. Das haben wir heute schon oft genug gemacht. Oder wir gehen auf eine Runde Suizid. Das ist auch schön. Kann ich nochmal einsammeln? Und jetzt habe ich jetzt, ne? Warte mal. Na, warte. Türkis haben wir. Ah, easy. Easy. Ich wollte das nur ein bisschen schneller machen. Ich kann jetzt natürlich. Die Jump-Passage da kann ich natürlich first try schaffen. Ich wollte es nur schneller machen, ne? Dann bin ich schneller weitergekommen. Jetzt bin ich eben nochmal gestorben. Na, ganz klar. Das ist natürlich geplant gewesen. Ganz, ganz klar. Okay, nicht runtergucken. Okay. Oh. Ich habe nur einen Versuch. Hat jeder Mensch. Und mein Liebenskopf wird hier Sachen machen. Oh Gott. Ich habe ihm echt gedacht, das war ich nicht. Holy shit, Junge. Ich hatte... Ja. Na gut, also ich sage mal so, die schlimmsten Ballast-Szenen müssten wir jetzt geschafft haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade ein größtes Problem. Pst, 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 komm her. Hörst du mich nicht? Ich wollte ihn runter... Ach komm, genickt wurde es auch von langweilig. Bist du wirklich so ein langweiler geworden, Neven? Als damals war es noch cool. Damals hast du noch Leute von... Warum bekomme ich die Knarre? Ich glaube, ich nehme die mal. Ich werde sie so oft angeboten bekommen. Deswegen bekomme ich sie so oft angeboten. Schreien die jetzt wieder, wenn die hier runterfliegen? Wäre lustig. Ich werde sie so oft angeboten. Schieße-Äffchen. Ach ja. grüß die vögel die fische mit deinem gesicht vorsichtig umgehen mit deinem gesicht die schnauzenunfall doch viel spaß ich bediene mich dann mal oder stört das oder oder er hat ja irgendjemand was dagegen hast du was dagegen nein darf ich bedienen danke sehr freundlich sehr nett sehr sympathische leichten heute leichensympathie ist immer wichtig so das hat sich falsch an ich bin ich tschüss ich weiß nicht was er vor hatte ich glaube wir schießen mein dreier schuss ich bin ja kein dreier schuss fan aber da will ich nicht lang aber was wie viel gibt es denn hier mensch wer kann ich sagen wie viele gegner werden ein kapitel schon verbraten ich glaube so viel gegner hatten doch nie also ich weiß nicht mal wenn ich will sie es bald sagen wir so fliege ich habe noch nie hatten bleiben schnauze kommando das ist ja interessant aus und ein bisschen lustig ach komm wer hoch hinaus will fällt tief ne das ist ja noch nicht gelungen also gut wir sind beim klärchen schon gestorben aber jetzt noch nicht in der schießerei das schon krass gerade bei mir der sich teils sehr dumm anstellt bei irgendwelchen anschauen ich wundere mich selbst gerade nicht gestorben sogar bei klettereien doch schon aber geht aber auch mittlerweile das war damals habe ich das war damals schlimmer ist angefangen aber der reihe ich bin dann dazu man lernt ja auch man wächst mit der reihe man reift mit der reihe und dann geht das oder so ungefähr ich bin einfach mit der reihe reifer geworden gehört die lang geschwimmen wir schon bei der weg weiter weg zum ramses schiff was für ein chaos mist moment ich hoffe glück schießt du scheiße was was sind meine waffen nicht abgenommen online nicht schon wieder so was oh nein und nicht schon wieder sind online auch nie oder ernster auch scheiße wir sind die szene ich habe einmal erreicht eigentlich woher toll damit sniper auch mensch danke ganz gewollt für langweilig wird oder was ihr könnt keine piraten mehr haben ist faktisch unlogisch momentan die kapitel aber auch ganz schön lang wenn ich mich jetzt stören würde aber die vorwand kürzer mir ist es egal man merkt es das ist es ist nicht damit umgebracht hat ein bisschen schwächer die andere schon findet mich auch umgebracht auf der auf der reichweite der peter 13 raue sie wenn wir jetzt werden ein kapitel der wäre jetzt 12 13 aber die kapitel verpasst nein wenn man sich dürfen kann glaube ja 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 na ja ja na Eliminierungen, Karl 7. 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 Was ist das für ein Mundschutz? Was ist das für ein Mundschutz? Was ist das für ein Mundschutz? Was? Was? Was ist das für ein Mundschutz? Was ist das für ein Mundschutz? Was ist das für ein Mundschutz? Was? 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 Oh Gott. Was? 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 Was?